Ich will mich. Da ist er. Jetzt sagt er, nein. Jetzt hat mein Team. Ja, stimmt, da muss ich. Wo soll ich nicht anspringen? Guck mal, gib ja an. Dann kommt es vielleicht überhaupt hin. Das ist 6, 8. Er sagt, gut, da habe ich noch vor. Da bin ich mit einer, aber ich finde, da hat er sich abgehauen. Ich habe gezeigt, wie es geht. Er ist schon gut, oder? Er hat angefangen, wenn ich gebremse. Und es liegt da jetzt noch an. Ich bin da drei. Und ich wünsche euch wirklich alles zu tun, weil wenn ein Urloberkern zubig reinzieht und sich da eine Menge kauft, dann müsste es alle mal nach raus werden. Da habe ich ihn jetzt nicht gehört. Aber er hat gesagt, er hat eine ganze Zeit mit dem Panzer so reingesteckt. Und er hat jetzt alles, was er gekauft hat, mit dem Jürgen steckt. Ich fahre immer schon nicht raus. Seid ich mir so eine sehr gute Zeit, habe ich nicht zu tun. Er wollte jetzt immer schon rein. Ist schon müde. Die Niederlanden nicht so optimal lieb, nutzt er die Gelegenheit, jetzt hier vor der eigenen Haustür zu testen. ...dobelige Eisenbahn nach Haus! Cool, cool! ... selber sehr schwer, auch Ballastierungsmöglichkeiten an diesem Traktor. Die können den Löwen auf dem Rahmen verschieben zum Palastieren. Der wird wahrscheinlich bei dieser dritten Bahn ganz vorne stehen. Ratschafter Stefan Schwarz, Ghostbuster 3. ... ohne Probleme über die 100 Meter. ... ohne den Mord, aber der war nicht so. Aber der ist doch schon fast. Ratschafter. Ratschafter. Vielen Dank.